Hi, ich bin Alex von HUMO Original Parts. Ich möchte euch heute noch ein ganz cooles Produkt vorstellen, passend zum Trend des Wintercampings, zum Snowboarden, zum Skifahren oder sonstigen, haben wir für unsere Campervans eine Isolierung der Hecktüre. Das heißt, man kann es sich auch drinnen schön angenehm warm machen, auch wenn es draußen mal kalt kälter wird. Die ist sehr klein zu packen, also ein geringes Packmaß, sie wiegt nicht viel, sie ist sehr einfach anzubringen, das passiert über Magneten hier an der Seite, eigentlich nur anklipsen und fertig. Gleichzeitig sind auch noch Fenster gegeben, das heißt, es ist auch nicht allzu dunkel drin, man kann es auch hell machen. Als zusätzliche Option kann man hier die Isolierung auch in der Hälfte hochklappen, was natürlich super ist, gerade um Ski oder Snowboards einzuladen oder auszuladen. Hi, ich bin der Alex von Original Parts und ich möchte euch heute ein ganz cooles Gimmick vorstellen. Gerade zur jetzigen Zeit, wo das Campen im Winter zum Snowboarden oder so, gerade mit dem Campervan immer, immer beliebter wird, möchte man es sich natürlich auch im Camper gemütlich machen, wenn die Temperaturen kälter sind. Und da ist die Isoliermatte für unsere Frontscheibe, die für alle Fiat und Mercedes Campervans verfügbar ist und auch für die Teilintegrierten, ist es ein sehr cooles Teil, weil einfach die Isolierung gegeben ist und gemütlicher ist im Innenraum. Die wiegt nur vier Kilo, hat ein sehr geringes Packmaß und ist sehr einfach anzubringen. Das heißt, sie wird einfach hier an der Seite an den Türen eingehängt und dann über die Spanngürte vorne angebracht und das war schon der ganze Spaß. Hi, ich bin Alex von HUMO Original Parts. Heute möchte ich euch ein Modul vorstellen, was immer wichtiger wird in der Welt des Campings, da natürlich auch die dunkle Seite des Campings, dass die Fahrzeuge gestohlen werden, größer wird, aber man kann sich dagegen schützen. Wir bieten da ein Modul an, das ist das HUMO Protect & Connect, powered by Vodafone. Es ist ein GPS-System, das das Fahrzeug präzise erden lässt. Die Meldung über das gestohlene Fahrzeug funktioniert ganz einfach über den Alarmcenter-Button in ihrer App und Vodafone kann dann mit ihren vorher schon angegebenen Daten arbeiten und kümmert sich um die Sicherstellung europaweit und das ganze 24-7. Die Montage des Systems ist denkbar einfach. Über das mitgelieferte Kabel einfach einstecken, Plug & Play. Genauso die Registrierung bei Vodafone mit den Daten. Alles sehr, sehr, sehr einfach und falls die Stromversorgung mal gekappt wird, wird das Gerät weiter über einen internen Akku weiter betrieben. Hallo, ich bin der Hans von HUMO Original Parts und ich darf Ihnen heute unser neues Kinderbett vorstellen, das für alle Fahrzeuge teilintegrierte und HUMO Camper Vans auf Fiat und Mercedes Basis gemacht wurde. Wir sehen also hier unser neues Kinderbett für alle Mercedes und Fiat Fahrgestelle. Dieses Bett ist bis 1,50 Meter Körpergröße und 50 Kilo Körpergewicht geeignet. Dieses graue Spannbettlaken ist alles inklusiv bei diesem Kinderbett dabei. Hallo, ich bin der Hans von HUMO Original Parts und ich darf Ihnen heute zeigen, welche Möglichkeiten es alles gibt, um den Schlafkomfort noch entscheidend zu verbessern. Für entspanntes Reisen gehört natürlich auch gutes Schlafen dazu. Und hier haben sich die HUMO Leute was gedacht und haben hier diesen Schlafkomfort ganz entscheidend verbessert. Wir haben hier die Möglichkeit von einem Matratzentopper, der genau für Ihr Fahrzeug angefertigt wird. Dieser Matratzentopper ermöglicht auch in der Seitenlage wirklich sehr guten Schlafkomfort. Über diesen Matratzentopper und Original Matratze kommt dann dieses Spannbettlaken. Weiterhin haben wir hier unser Schlummerpaket mit Funktionsdecke und mit dieser Bettwäsche Zugvögel. Auch hier unsere Funktionskissen. Auch dieses Kissen können wir in verschiedenen Lagen nach dem Schlafkomfort genau anpassen. Wir können entweder eine Lage rausnehmen oder eine weitere Lage dazu packen. Dann haben wir auch hier bei HUMO eine wunderschöne Kuscheldecke, die sehr angenehm ist. Entweder im Fahrzeug oder wenn man noch eine halbe Stunde länger draußen sitzen möchte. In unserem Schlummerpaket sind natürlich auch hier diese Dekokisten mit enthalten und auch hier sehen wir wieder in unseren zwei Dekoren einmal Paisley oder dann hier die Zugvögel. Alle Teile von diesem Schlummerpaket sind auch als Einzelteile lieferbar und sind bei 60 Grad waschbar. Hallo, ich bin der Hans von HUMO Original Parts und ich zeige Ihnen heute unser HUMO Smart Battery System. Bei dem HUMO Smart Battery System bleibt die Play-Batterie erhalten und der Lithium-Block wird zu dieser Play-Batterie hinzugeschaltet. Wir haben also hier unseren Lithium-Block 45, der die gleiche Kapazität wie eine normal verbaute Play-Batterie hat, aber nur 6,3 Kilo wiegt. Wir haben also hier bei einer Verdopplung der Kapazität eine Ersparnis von 20 Kilogramm. Wir haben hier mit diesem Lithium-Block ein absolut wintertaugliches System, da unser Lithium-Block eine interne Heizung hat. Und wenn es unter 0 Grad geht, bekommt er aus dem Play-Batterie-Block etwas Strom, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Bei diesem System kommunizieren diese zwei Batterien miteinander. Es ist so, dass wenn wir einen Ladevorgang haben, immer zunächst die Play-Batterie geladen wird. Ist die Play-Batterie voll, geht der restliche Ladestrom in den Lithium-Block. Bei der Entnahme ist es genau umgekehrt. Alle Entnahme geht aus dem Lithium-Block. Erst wenn der Lithium-Block komplett geleert ist, geht die Entnahme aus dem Play-Batterie-Block. Somit erhöht sich die Lebensdauer von diesem Batteriesystem bis auf über 10 Jahre. Dieser Lithium-Block ist absolut lageunabhängig einzubauen. Also auch bei Camper-Vans, wo das Platzangebot nicht so groß ist, kann dieser Lithium-Block überall lageunabhängig eingebaut werden. Dieses System ist ein Modulsystem. Wir können also vom 2er-Block bis hin zum 6er-Block oder zwei 6er-Blocks einbauen. Wenn wir diesen 6er-Block verbauen, kommt zusätzlich ein Tableau mit dazu, wo ich dann diese Ladeströme und die Kapazität ablesen kann. Sie sehen also, wir haben hier mit unserem Hymer Smart Batteriesystem ein System entwickelt, das unsere Autarkie von den Fahrzeugen um ein Vielfaches verlängern kann bei einem moderaten Gewicht. 7. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 6.